hallo und willkommen zurück zu cyberpunk 2077 wir werden uns jetzt mit hanako treffen und somit das ende der story einläuten hatte ich letztes jahr mal schon breitmäulig großmäulig angekündigt ich habe es einfach nur normal angekündigt hoffentlich in 1,1 kilometer entfernung finden wir sie dann rufen wir doch gleich mal unseren schönen porsche was ist da schon wieder los da ist gerade jemand ohne alles nur in der hocke die straße runtergesaust und dann wieder die spawnt das muss ich mal in der aufnahme noch mal nachschauen ob das tatsächlich so war so aber ohne weitere ablenkung geht es mal zu hanako ich habe noch nie ein ende erreicht in cyberpunk also von den offiziellen basis enden wir haben ja phantom liberty abgeschlossen das wird jetzt spannend ich hoffe ich treffe die richtige entscheidung mein wunsch ist natürlich also wie es ausgeht ist mir egal aber ich will gegen adam smasher unbedingt kämpfen können und arazaka bisschen schaden zu fügen der rest wird sich ergeben wie er sich halt ergibt da habe ich mich nicht eingelesen das heißt es wird jetzt vielleicht eine bunte mischnummer wenn wir überhaupt ankommen so wie ich fahre bezweifle ich das aktuell noch auch die 300 meter kriegt man auch noch vollen sinn gestottert und dann wollen wir mal sehen wie es hier wo da muss ich glaube hoch kann ich hier runter na gut dann auto fachmännisch geparkt auf das gegenfahrspur dann wollen wir mal hoch so jetzt sollte man gleich wieder die warnung bekommen dass das hier story ende ist point of no return den habe ich öfter nicht nur in spielen na gut wollen wir mal reingehen dankeschön und danach embers schätze ich in die flammen oder glut warum denn ich na hoffentlich werden wir das sein na gut mensch der fahrschul dauert aber auch so lange nicht mal musik haben sie hier dankeschön und wer bist du hanakusamas bodyguard sieht schön leer aus kann man noch ein bisschen was looten hier ja da hinten noch ja natürlich bin ich gekommen so schnell ich konnte und ich danke dir und ich danke dir bevor wir die Details diskutieren ich fühle ich dir eine Erklärung ich muss dir erzählen warum ich meine Meinung veränderst und ich will dir helfen okay du wusstest das? aha und warum hast du nichts dagegen getan? klingt nach nem sympathischen alten Sack klingt nach nem sympathischen alten Sack Saburo Arasaka Saburo Arasaka has always valued just one thing do you know what it is? äh power, family oder the core? ich würd sagen power Mist wirklich wirklich hm das haben wir gesehen, er hat ihn erwürgt he ist familie ich stehe ich will an ich will nicht wissen, ich will nicht ich mein Entfernung meine Browser ist dass es schwer ist es ist äh Mach den Eindruck. Oh je, ich kann die auch nicht mehr leiden. Ich würde sagen, sehr notwendig. Was ist denn mit deinem Kleid los? Da haben wir nur die Wahl, Johnny zu sagen, halt die Klappe oder wir wollen sie hören. Johnny, beruhig dich. Wo kann ich mich denn hinsetzen? Ah, jetzt ist der Trigger da. Oh, ich habe die Option nicht gesehen. Hm, Job ist not mine. Wegen der Heilung? Hi, Johnny. Ach, die wissen das alle schon. Ich würde euch lieber bekämpfen. Ein Kleidback ganz schön. Ich glaube nicht, mein Relic funktioniert wieder nicht. Oh, oh. Mir gefällt ihr Lächeln nicht. Oh, schnell raus hier, bevor wir zusammenbrechen. Ja, was du nicht sagst, Johnny. Oh je, oh je. Jetzt wird es aber wirklich Zeit. Wir wollen ja hier noch ein Ende erleben. So, Street. Oh, diese Fehlfunktion des Relicts. Was ist jetzt los? Ich dachte, wir verstehen uns, Bro. Oh, okay. Sie ist noch nicht durchgeführt. Plus, sie hat mich gewohnt. Vielleicht hätte sie ihr Hände für dich eine halbe Jahrzehnte vor. Aber jetzt? Ich sehe es nicht. Ich werde sie überzeugen. Nachher wissen wir etwas oder zwei über Ops wie das. Wir haben unseren Weg in die Sokka-Tower, wie wir damals in der Zeit haben. Und dann finden wir den Weg in den Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Warum nicht? Ich glaube wir reden später weiter, wenn ich erwacht bin. Wieso sind wir denn jetzt total kollabiert hier? Ne, das sieht noch lebendig aus. Ja, was habt ihr mit mir gemacht? Bin ich bei Vic? Ja. Das klingt nicht gesund. Entschuldigung Misty. Das klingt nicht nach mir. Ui. Ich fühle mich schon besser. Dann wollen wir mal hui. In meinem schönen Zuhälteroutfit. Hi Jonny. Was? Sag du es mir. Ah. Oh oh. Das klingt nach keinem guten Ende. Ja. Will der, dass ich mich umbringe? Ja? Ja. Du'll, du'll do it now. Now, see that set up over there? Yeah? What about it? You'll find the last dose of pseudoendotryzum there. A gift from Misty. Want to give in to the voices in your head? Go ahead. Take a puff. Go silent. Get out. oder find another way and things on your own terms get a little present for me over there too blockers manage to walk those few yards to the table the rest will be up to you and you alone we've got one last chance I'm taking the wheel and don't try zine rogue Sokka Tower only way this is gonna work enough Johnny I just gotta think about it you need to stretch your noodle fine just not in this basement Christ you're talking out loud how loud what just go fix this thing yeah good I think I can do it whatever you decide gun and pills yeah good then nehmers mal mit is zumindest bisschen loot I have aber bessere waffen hmmm can't thank you enough for all you've done Vic only wish I could have done more go on now I want to close up nae gut ich will mein bestes bye Misty bye Misty ah well your thoughts shouldn't have had to sorry about that no need to be I know what's going on and I know it won't be easy for either of you if you don't want to decide here I know much better place sure why is this spot special I took Jackie there once it's not far Jackie what's he got to do with hmmm die Option mit Johnny gefällt mir eigentlich aber ich glaub dann hat er meinen Körper für immer und der V in mir wird sterben oh hier ist Loot ich weiß nicht ich hab auf jeden Fall gelesen es gibt kein wirklich gutes Ende dann auf zum Roof wieso muss ich eigentlich drücken ich bin hier krank hmmm 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 das wirkt richtig oh Jackie war auch hier ist ja interessant Mensch was für ne schöne Nacht dann kann ich mich aussetzen hallo naja gut dann können wir uns setzen oh da ist ne Tarotkarte ok dankeschön ich hätte aber ganz gern bisschen Gesellschaft oh da ist Arasaka Entschuldigung ja ja das ist ja das ist Nicht wirklich mein Stil. Auf Wiedersehen. Du, du. Ich bin ein langer Weg, hier zu kommen. Nur denk. Es hat alles angefangen in einem Land, Phil. So sieht's aus. Hm. Okay. Vielleicht er und Rogue. Hm. Ja, warum nicht? Können wir wenigstens gegen Arasaka kämpfen. Das ist ja das Ende, was ich will. Da bin ich gespannt. Ich vertraue dir, Johnny. Uh, was für ne Zwischensequenz. Oh, oh. Wir haben zumindest die Waffen dafür. Na gut. Wird Zeit, sich mit Rogue zu treffen. Und ich mach mal meinen Mapmarker weg. Der nervt mich schon die ganze Zeit. So. Schon seit der letzten Episode, als ich den mal gesetzt hatte. Hi Rogue. Ich will auch survive. Ich will auch survive. Nicht wirklich. Ja. 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 Wir sprechen bald mit Kako. Was willst du, Johnny? Jesus. Wer stirbt? Nicht glücklich zu sehen? Frankly. Ich bin nicht sicher. Warum? Wir hatten Spaß bei den Filmen. Wir haben noch nie. Wir sind nicht bei den Filmen. Wir haben noch nie mehr. Wieso hat die denn so rote Augen? Du hast eine gute Idee, warum du hier bist. Du willst was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das ist richtig. Äh. Das ist meine Aussage. Schade. Niemand von Atlantis hatte die gleiche Glück. Oh, ich glaube wir haben was Falsches gesagt. Ich habe das Gefühl, die wird mich gleich schlagen. Hey, alle. Wir sind geschlossen. Oh, was gibt's? Wir haben noch nicht geschlossen. Oh, ja. Du bist. Was ist das Problem? Nichts. Ich glaube ich werde erschossen. Ich glaube ich werde erschossen. Ja, besser so. Das weiß ich selber nicht. Gute Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß. Adam Smasher. Adam Smasher. Also, ja. Aber viel später. Du bist weg und ich würde mich aufhören. Ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. 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 Ich bin einfach zu durchschauen. Ja. 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 Ey. Ja. du mir jetzt oder nicht? Ich habe eine Waffe für das. Na komm schon, gib dir einen Ruck. Ja, warum nicht? Jetzt? Aber das ist nicht der echte Ruck. Der echte Ruck, den du gebrannt hast, während du zu den Topen schlägst. Sehr gut, sehr gut. Entschuldigung. Hey, die Gläser sind schon voll. Kipp nicht mehr rein. Mua, ein kleines Schmatzchen. Na hoffentlich. Jetzt wird aber Liebe gemacht. Dauert ja ganz schön lange. Ich glaube, ich liege noch im Bett. Komm schon. Muss Arasakas niedermetzeln. Vor allem diesem Adam Smasher. Total unsympathisch, der Typ. Ih, wer bist du denn? Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie ein Päckchen wie ein Päckchen schlägt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie ein Päckchen, wie ein Päckchen, wie ein Päckchen schlägt. Na gut. Hilft er uns auch bei Arasaka? Ich klau hier erstmal alles noch zusammen. Klau, klau, klau. Oh, wär das schön, wär das hier eine schöne echte Waffenkiste. Oder das hier. Mensch, wieso kann ich denn hier nichts mitnehmen? Spiel, lass mich doch jetzt nicht hängen. Na gut, dem Vayland hinterher. Der auch so langsam geht. Wo sind wir denn hier? Ja klar, im Afterlife, aber wo im Afterlife? Oh. Oh, hast du eine schöne Waffe. Wir sind Pilot und unser Fahrzeug nach Corpo Plaza heute. Unsere Fahrzeug. So, du bist in. Nicht alle überraschend, Lederhäuser. Gears über da, hilf dir selbst. Natürlich. Okay. Overture, okay. Ja, mit dem ganzen Zeug. Gears über da, Johnny. Gears über da, nicht vergessen. Was sind diese? Retro-Thrusters. Anti-Grabs. Oh. Straft ihn zu deinen Legen und du kannst von verdammt nahe Heid. Christ, Johnny, ich bin nicht dein fucking Babysitter. Warum nicht? Okay, anderes Outfit auf jeden Fall. Vielleicht die drei. Das sieht doch gut aus. Vor allem mit den Stiefelchen. Ne, eine. Einen Augenblick. Nehmen wir vielleicht das. Und die Stiefel sind irgendwie an. Welche Schad muss ich schon wieder rein checken? Ah. Hauptsache in den Kopf stecken. So ist das Ganze überhaupt passiert. überhaupt passiert. Need to reach the lab floor. Hold it just long enough to do what we need to do. Then get out alive. Arasaka Towers a fortress. The most secure building in Night City. Walking in through the front door just ain't an option. So. We'll get in through a window of our own making. Specifically. We fly in on a Militech Strix tactical bomber. Ooh. First we rain fire on the building's air defenses from a high altitude. Then we breach a wall on the 76th floor, jump from the AV and survive the landing thanks to our anti-grabs. That's right. We'll land smack in the middle of a tropical rainforest. Contrary to popular opinion, Arasaka has panache at times. We cut our way through the jungle to a shaft located on the towers vertical access. The shaft runs the height of the building. We use our retro thrusts again. Reach the bottom floor quickly. We'll surprise the socks off security. They'll be in disarray. Resistance should be minimal. We hit the lab floor running. Reach the access point. The rest will be in your hands. Ich hab mir das jetzt nicht alles merken können. As I said, there is only one boss. One queen. Na gut. You're saying we're gonna rain fire on these asshole's. Seriously. I've waited too long for this. Don't bust out of your pants just yet. If we want to survive, we gotta do a lot more. Keine Sorge, ich hab Vertrauen in mich. We're gonna knock a Jirujan 0401 ComSat off its orbit. Blood-clad-Satellite. We're gonna make history friends. That'll be fine. That'll find out in NC, NorCal and SoCal. Should buy us three or four hours. No coordination, no support, complete chaos. I'm not even gonna ask how. Got a certain acquaintance at Orbital Air. Mystery benefactor? Factor Highly positioned informant I'll pay him enough to give us access to the gerugin The rest will be up to our old netrunner friend You mean alt Only one I know who can rip an Arasaka satellite out of the sky I'm supposed to talk to alt anyway I'll convince her Don't fuck this up Johnny It's the one thing I can't do for you Said I'd do it and I will So summing up We fly to Arasaka tower unnoticed And say hello with a welcome basket of missiles Exactly Then we jump in Find the building's vertical axis And work our way down Das klingt sehr spaßig Da hab ich Bock drauf Klingt gut Plans got more gaping holes Than a kabuki dollhouse But fuck it it's gotta work Rogue It won't be the stupidest stunt we've ever pulled Rogue What Just Thank you Thank you Thank me later There is still a matter of alt Do you know how to move around cyberspace So middle Wer war denn Nick schon wieder? Ach der da hinten Na gut Na gut Na gut Hier mit dem Anzug Ach wieso hab ich den nicht automatisch Ah ich hab den an Na gut Keine Sorge Ich werd dein Gear nicht belästigen Hm So das klingt doch auf jeden Fall nach nem guten Ende für die Story Einfach schön Arasaka niedermachen So ich glaub wir sind im Cyberspace Alt 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 Cunningham is no more Yeah yeah Alt Cunningham is no more Yeah yeah Don't believe that Some of her still in Hell you look just like her Some of her still in Hell you look just like her You see Alt because you wish to It's a defense mechanism Your explicit memory is simply creating a replacement image It's weird It's weird Having a bad dream You read my thoughts An oversimplification You still deny what you are A construct A set of data I Know you You Know me Like lines of code Aha So what else do you No No The complexity of your emotions Time is short Netwatch could detect our local net traffic How much you know about satellites The Jiruji 0401 I can manage it Holy fuck you're doing it now I agree with the plan It will get you inside Arasaka tower Can you just hold on Can you just hold on Just hold on You will breach Arasaka tower And locate the port into Mikoshi Ok This is the program that will establish the link I will send it with you on a splinter Upon your opening of a back door I will be able to circumvent the data fort security protocols And once that's done You will be separated from V And Mikoshi will cease to exist That's clinked auch good Cease to exist As will the constructs inside, right? No The data constructs will not be destroyed They will become part of something greater Ooh Nope, keep trying Don't understand Because it is not something you can understand Fine Have it your way Have it your way Is that everything? I think so Hmm Hmm Well Well You could wish me luck I wish you good luck Thank you Thank you Thanks 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 I can click on the world Let's get up Let's get out Come on Can I get out of here? 구�cles Any Awesome Topware Wart Was the right choice So And Here Now So To 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 point sehr schön sie mal zwar aus wie der kleine franzose dem wir es abgenommen haben aber der hat zumindest hier gehabt so auf geht's arasaka auf den sack geben hauen ich dich auch das wollen wir ja nicht da müssen mindestens drei verrückte rein in den heli ja worauf wartest du warum wird es denn ausgeschalten wir kommen doch zurück wieso fühlt sich das wie das ende an na gut aufs dach ich bin neugierig na gut er hätte mich aber trotzdem auch interessiert so kann ich hier speichern weil wir sind an der 40 minuten grenze und in eine episode wird es nicht gehen deswegen würde ich sagen wir machen auf jeden fall noch den helikopter flug na gut haben sie in heli geschafft ist das nicht schön es geht jetzt wirklich los ich freue mich echt auf die mission haben so lange drauf gearbeitet dass wir gut ist ihr haben alles gelootet was zu looten war ich glaube nicht wollen wir mal sehen wie das hier läuft ist aber eine schöne nacht um arasaka zu stürzen oder mikoshi zu stürzen den regen den regen sehr schön jesus Ich weiß gar nicht was ich mir wünschen soll Zurückschießen Na wo ist er denn hier links hier rechts Oh ist das ein Wetter Hätte man nicht eine sonnige Nacht nehmen können Ja nicht sonnige Nacht aber eine ruhige Nacht Oh Mist Ich glaub die Topfloors funktionieren nicht mehr Weyland ist echt verrückt Das mag ich Jetzt sind wir im Regenwald angekommen Oh Mist Ich glaub das war's mit Weyland Das ist nun das Hayabusa Protokoll Oh oh Ah gut Rogue lebt noch Oh der lebt noch Sehr schön So Dann einmal irgendwie auf die Beine Ohne dass das Relikt komplett So Ui was ist denn mit Rogue los Und da kommen Feinde So jetzt würde ich aber sagen Wir sind am Ende der Episode angekommen Ich bedanke mich fürs Zusehen Und wie es weiter geht Erfahren wir beim nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal